In vielen Kulturen, auf Madagaskar zum Beispiel oder in Afrika insgesamt, auch oft nicht getrauert wird, sondern gefeiert, dass der Mensch, der gestorben ist, den Weg durch schwere Leben geschafft hat. Und dann freut man sich für den. Deshalb haben wir diese bunten Muster genommen. Kultur des Todes. Der Umgang verschiedener Kulturen mit dem Tod, das ist Thema beim Kultcrossing im Bestattungsunternehmen Kuckelkorb. Schüler der Europaschule zeigen, wie sie mit diesem ernsten Thema umgehen. Der 16-jährige Niklas Brings nähert sich dem Thema Tod auf künstlerische Weise. Er besprühte einen Sarg und zeigt so, dass der Tod jeden betrifft. Ja, ich finde es eigentlich gut, dass man sich damit auseinandersetzt, weil es eigentlich jeden Menschen was angeht, egal welchen Alters, weil entweder stirbt irgendwann die Oma oder ist schon gestorben oder was auch immer auf jeden Fall. Tod holt uns irgendwann immer ein. Und wenn man sich damit so früh wie möglich auseinandersetzt, kann man vielleicht auch die Angst verlieren, die viele Menschen haben. Kultcrossing bietet die Möglichkeit, Schule, Kultur und Berufswelt zu vernetzen. Mit der Aktion Kultur des Todes bringt Kultcrossing das Thema Tod den Schülern und Jugendlichen näher. Und wenn man sich damit anbel belief ist, und sich damit will, wo er mich um eine Gedizcheibe flacher, Aber wer ist interessant? Und wenn man sich mit der Aktion brace zur Infos